Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Heute bei uns von Zeitmark, das 20-60x80 Latitude XD Tactical. Heute haben wir für euch ein richtig ordentliches, amtliches Pfund von einem Spektiv. Und Spektive sind eine ganz, ganz wichtige Sache, speziell auch beim Long-Range-Schießen. Das ist auch wirklich hier fürs Long-Range-Schießen konzipiert. Natürlich kann man es auch nutzen, wenn man auf kürzere Distanzen schießt. Je größer die Vergrößerung, desto mehr sieht man auf der Scheibe, auf dem Ziel. Aber wie gesagt, hiermit kommt ihr auf jeden Fall auch auf 1000 Meter raus. Überhaupt kein Problem. Das Besondere beim Latitude 20-60x80 ist zum einen der große Vergrößerungsbereich und zum anderen das Ganze in einem sehr, sehr hochwertigen Paket zu einem sehr, sehr guten Preis. Also wer mal sich im Spektivbereich mal umgeschaut hat und geguckt hat, da gibt es natürlich einmal die ganz billigen Low-Budget-Lösungen, die man schon bei Amazon für 100 Euro oder so bekommen kann. Da kriegt man aber auch genau das, was man dafür bezahlt, nämlich Dreck. Das ist wirklich Schrott. Und dann gibt es natürlich die extra, super ordinären, ultra teuren Spektive, die dann jenseits der 2000, 3000 Euro kosten und dann natürlich auch entsprechend eine gute Leistung haben. Und hier mit dem Side-Mark haben wir wirklich ein Modell, was genau in der Mitte liegt, von der Leistung her aber eher im höheren Segment anzusiedeln ist. Das Latitude hat eine Vergrößerung von 20-60, wie ich schon gesagt habe. Ihr habt hier den Verstellring dazu. Da könnt ihr entsprechend wählen, welche Vergrößerung ihr haben wollt. Das Ganze ist gummiert, das heißt, ihr habt hier auch einen guten Griff. Dann kommt hier die Schärfereinstellung, die Fokuseinstellung. Und dann hier dahinter nochmal die Einstellung für die Dioptrien. Ganz hinten am Augenteil könnt ihr hier nochmal das ganze System ausstellen, wenn ihr mit Brille schießt oder auch ohne Brille schießt. Dann könnt ihr hier den Augenabstand entsprechend wählen. Und das Ganze mit einem 80er Objektiv vorne. Sehr, sehr lichtdurchlässig, mehrfach vergütete Linsen, gummiertes Gehäuse. Also wirklich rundum. Erstmal vom ersten Angreifen und Fühlen. Ein sehr, sehr wertiges Gerät. Montagemöglichkeiten habt ihr einmal auf der Oberseite eine kurze Picatinny Rail und auf der Unterseite eine lange Picatinny Rail. Das heißt, ihr könnt entweder das Ganze hier mit einem Adapter, zum Beispiel auf AK-Swiss, Picatinny auf AK-Swiss, könnt ihr das einmal montieren. Dann habt ihr hier so eine Lösung. Natürlich, so wie es sein muss, habt ihr auch hier ein Gewinde entsprechend, um auch direkt mit einem normalen Dreibein arbeiten zu können. Also muss man nicht mit Picatinny befestigen, sondern das geht auch so. Die Picatinny auf der Oberseite ist zum Beispiel gut, wenn ihr mit einem Rotpunkt noch arbeiten wollt on top oder auch mit der Kamera oder was auch immer ihr oben drauf bauen wollt. Das hat den Riesenvorteil, gerade bei so einer großen Vergrößerung, dass ihr mit dem Rotpunkt schnell das Ziel schon mal grob erfassen könnt und dann die Detailaufnahme durch das Spektiv macht. Obwohl das Spotting Scope wasserdicht ist und natürlich auch entsprechend shockproof und alle sonstigen Spezifikationen erfüllt, gibt es natürlich nochmal zusätzlich eine Schutztasche dafür. Die kann einmal hier mit einem Trageriemen getragen werden und das Schöne ist, die kann auch direkt so, ohne dass man das Spektiv aus der Tasche rausnehmen muss, auf dem Dreibein dann verwenden. Dazu könnt ihr dann vorne einfach den Deckel aufklappen, hinten entsprechend auch das Ganze aufmachen und hier an der Unterseite habt ihr sogar dann auch nochmal die Picatinny-Schiene frei bzw. das Viertelzollgewinde, um da entsprechend arbeiten zu können. Bei einem Spektiv, gerade auf größere Distanzen, ist natürlich ganz wichtig, dass man da auch im Team arbeitet. Man hat den Scharfschützen oder den Präzisionsschützen, der entsprechend schießt und nebendran den Spotter oder den Beobachter, der dann die Trefferaufnahme macht und sagt, okay, da musst du jetzt nochmal zwei Klicks nachdrehen, da müssen wir nochmal ein bisschen Holdover, Wind, irgendwas, um noch nachzujustieren. Und das kann ich halt mit einem Spektiv viel, viel besser sehen, als mit dem Zielfernrohr selbst, weil ja auch da in dem Moment, wo der Schuss bricht, das nicht so klar zu sehen ist, wie mit dem Spektiv. Egal, ob ihr auf 300 Meter seid oder auf 500 Meter, 800 oder 1000, ihr habt hier mit dem Latitude wirklich eine gute Möglichkeit, auch mit der Strichplatte die Entfernungen zu schätzen. Ihr habt ein sehr, sehr klares Bild, ihr habt eine große Randschärfe und ihr habt hier ein Millrad-Absehen, wo ihr entsprechend dann auch in einfachen Schritten sehen könnt, wie groß, also vom Entfernung schätzen, wie groß das Ganze ist. Das macht auch die Vergrößerung möglich, denn die ist in der ersten Bildebene, das heißt, die Strichplatte vergrößert sich immer mit, mit eurer Vergrößerung und damit ist die Schätzung immer gut machbar. Natürlich muss man hier nochmal ganz klar sagen, es ist immer sehr, sehr schwierig, mit der Kamera durch so ein Spektiv durchzufilmen, gerade bei so einer großen Vergrößerung. Deswegen macht euch auf jeden Fall mal selber ein Bild davon, also dieses Bild hier kann euch nicht zeigen, wie scharf und gut das Spektiv in Wirklichkeit ist. So richtig in den Genuss ein Spektiv kommt man natürlich aber auch, wenn man alleine ist und das entsprechende Equipment hat. Hier ist seit Magia auch eine Partnerschaft eingegangen mit Kopfjäger, da haben wir euch ja schon das Stativ vorgestellt, das Reaper-Kit hier, wie es hier zu sehen ist. Und da gibt es auch eine Adapterplatte. Die haben wir nicht mit vorgestellt, die seht ihr hier, die ist hier schon montiert. Normalerweise habt ihr nur diesen Reaper-Grip mit dem Offset und mit der Adapterplatte seid ihr halt in der Lage, entweder hier mit einer Kamera arbeiten zu können, da könnt ihr eine GoPro montieren oder so oder eben halt auch ein Spektiv. Und dann habt ihr nämlich den Riesenvorteil, dass ihr nicht hergehen müsst und mit zwei verschiedenen Dreibeinen arbeitet, sondern ihr habt ein Dreibein für beides. Dann schraubt ihr hier einfach das Spektiv fest. Dazu ist unten die Schraube schon vorhanden. Dann zieht ihr das einmal an. Und dann habt ihr hier sogar noch ein bisschen Spiel. Das ist extra auch so gemacht, dass ihr hier mit dem Spektiv noch ein bisschen arbeiten könnt. Und dann könntet ihr hier die Schussaufnahme machen und könntet anschließend durch das Spektiv gucken, wenn ihr alleine seid und da entsprechend dann auch die Trefferaufnahme. Und das Schöne ist natürlich, dass ihr hier immer, egal wo ihr hinguckt, mit dem Dreibein und der Waffe, dass da auch natürlich das Spektiv mitwandert. So soll es ja auch sein. Wenn wir schon mal bei Kopfjäger sind, da gibt es nochmal ein weiteres Accessoire, was ich hier empfehlen kann. Dazu drehe ich das Ganze aber einmal um, da das Spektiv jetzt hier nicht im Mittelpunkt steht. Ihr habt jetzt hier eure Waffe mit einem Trageriemen. Zum Reaper-Kit gibt es auch nochmal die Reaper-Sling. Das ist die Kill-Sling. Die heißt K-I-L. Die wird einfach hier mit einem Kodura-Band einmal um den Kopf gelegt, um den Reaper-Kopf gelegt. Und dann habt ihr hier auf der Vorderseite einen großen Karabiner. Den könnt ihr einfach in eurer regulären Two-Point-Sling einhängen oder in eurem Jagdriemen, wie auch immer. Und dann habt ihr hier nach unten weggehend nochmal eine Fußschlaufe. Das ist für den Fuß gedacht. Da geht ihr jetzt einfach mit dem Fuß in die Fußschlaufe. Macht das schön weit. Stellt euch erstmal so hin, wie ihr schießen würdet. Und dann könnt ihr hier mit diesem Tri-Glide, den ihr auch von eurem normalen Sling kennt, könnt ihr hier das Ganze straff ziehen. Und dann seht ihr schon, der Lauf geht jetzt hier vorne nach unten, klar. Das heißt, jetzt habe ich hier wenig Ruck nach oben. Also ich habe hier wirklich eine ganz stabile Schießposition mit diesem Riemen, um da entsprechend auch arbeiten zu können. Und kann hier auch dann trotzdem, wenn ich hier die Hand am Stativ habe, mit dem Fuß immer nochmal ein bisschen nachregulieren, wenn ich das denn brauche. Die Sling ist jetzt natürlich nicht nur für den taktischen Gebrauch oder für den Long-Range-Schützen am Schießstand gedacht, sondern ist auch jagdlich durchaus nutzbar. Klar, wenn man auf der Jagd ist, in der Regel schießt man aus der Kanzel, legt dann das Gewehr oben auf oder man streicht es irgendwo an. Es gibt aber auch Jäger, die mit einem Dreibein schießen und das gibt einfach nochmal die Möglichkeit, hier mit dem Dreibein entsprechend noch mehr Stabilität in den Schuss zu bekommen. Wir bleiben im jagdlichen Bereich und stellen euch noch ein weiteres Zubehörteil von Kopfjäger vor, und zwar das Ambush-Kit. Dieses etwas merkwürdig aussehende Gerät ist sehr, sehr sinnvoll, gerade auch in Verbindung mit dem Reaper-Grip. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, mit Hilfe eines Zweibeins, was auch hier im Kit mit enthalten ist, das Ganze an der Kanzel zu befestigen und damit auch nochmal eine sehr stabile Schießplattform in der Kanzel zu bauen, um dann auch noch zusätzlich das Spektiv nutzen zu können. Das ist wirklich eine sehr, sehr feine Sache, gerade wenn ich sage, ich will das Gewehr nicht die ganze Zeit halten und ich habe nicht so viel Platz oder ich habe keine Möglichkeit, noch irgendwie das Spektiv da aufzubauen. Damit habe ich wirklich nochmal eine Möglichkeit geschaffen, um da statisch das Ganze an der Kanzel, am Rahmen oben, am Fensterrahmen fest zu fixieren. Kopfjäger mag ja gerade in Deutschland etwas martialisch klingen, so wie Kopfgeldjäger, Auftragskiller oder Attentäter. Tatsächlich ist das Wort aber in Amerika sehr verbreitet und ein Ehrentitel unter Elite-Scharfschützen-Einheiten und Präzisionsschützen. Er steht für Respekt und Bewunderung, für deren Schießkünste, Weitschussgenauigkeit, Disziplin und Professionalität. Natürlich ist das ganze Set jetzt hier auf Rechtshänder aufgebaut. Ich bin ja ein Rechtshänder, aber natürlich ist es überhaupt kein Problem, das Ganze auf links umzubauen. Dazu dreht ihr einfach das Ganze und schon schießt ihr im Links-Modus. Nein, Quatsch. Natürlich könnt ihr hier, wenn ihr das Ganze auf links gedreht habt, die Waffe einmal drehen, das Spektiv einmal umdrehen und damit habt ihr auch das ganze System als Linkshänder nutzbar. Eigentlich wollten wir euch ja nur das Latitude Spotting Scope vorstellen, aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal so cooles Zubehör vom Kopfjäger hier haben, dann zeigen wir euch das auch mal in der Verbindung, denn gerade mit dem Spektiv und dem Dreibein hier macht das Ganze durchaus Sinn. Ihr bekommt das Latitude 20-60x80XD Tactical überall dort, wo man Zeitmarktprodukte kaufen kann und dort gibt es in Sicherheit auch die Kopfjägerprodukte. Wie geht ihr auf die Jagd oder zum Long-Range-Schießen oder überhaupt beim sportlichen Schießen? Im Sitzen, Liegen, Stehen mit dem Dreibein? Schreibt es uns in die Kommentare, das würde uns mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, Lack, Liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Bis dann, macht's gut, bye.